Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Let's Play Together mit dem lieben Taiva bei Yabu 3. Genau, gib alles. Ich hab meinen Banner neu gemacht, da könnt ihr mal gucken hier. Also hier drüben, dass du die, also das ist so, als würdest du aufs andere Ufer schwimmen. Und hier ist dann die Männerseite. Ja, Männerseite, sehr gut. Und den gefallenen Stern finden. Okay. Okay. Lade mal ran hier, wa? Ja. Garten der Kathedrale. Ah, die ist so riesig, die Kathedrale. Das Innere ist verdammt groß, ja. Oh, da bin ich. Ah, ich hab gar keine Lust, ich geh wieder raus. Noch da? Oh Gott, böse Musik. Bist du noch da oder schon wieder weg? Ich bin direkt in den nächsten Raum gegangen. Och. Oder bist du hier zurückgegangen? Nee, hier wird einfach nicht aufeinander gewartet. Hallo? Ich bin hier doch. So. Hä? Ja, da, hä? Oh. Resam, öffne dich. Ebener 2. So schnell kommen wir von Ebene 1 auf Ebene 2. Dieses geht doch ganz schnell. Hä? War das schon immer so? Wie? Dass es so schnell ging? Oh Gott. Nein, nein. Wir waren schon in Ebene 1. Ich mach hier grad ne private Party. Wenn du willst, bist du auch eingeladen. Aber mach schnell. Die Gäste schießen sich grad alle ab. Ich hab irgendwas gelbes bekommen. Sehr gut. Oh. Warum kriegst du irgendwas? Ih, du meinst jetzt wohl nicht ein Eiterpickel? Ja doch, lag auf dem Boden. Hab ich direkt mal aufgenommen und zu richtig gelegt. Ja, jetzt sind wir in Leoryx Katakomben. Das kann ja sehr interessant werden. Und lange. Und lange, oh ja. Also je nachdem. Katakomben sind groß. Hui. Denk dran, er ist hier... Ach du Scheiße. Das ist schon wieder. So ein Mist wie. Wir müssen uns aufteilen. Also nicht aufteilen. Nein, aufteilen ist grad schlecht. Ich brauche mehr Zeit. Okay, der kommt auf mich. Ich brauche Wut. Los, los. Ich bin wieder tot. Alter, wie stark ist denn die Fledermaus? Ich bin schwer verletzt. Das kann ich leider nicht tun. Lauf in den nächsten. Gott, ich muss eine Etage flüchten. Sind wir tapfere Krieger. Ich muss dieses Skelettinger erstmal kaputt machen. Ich bin erstmal wieder auf Ebene 1. Okay. Tja, hast du nicht mit gerechnet. Ich bin mit in den Skeletten drin. Ich kann nicht machen. Ich wurde getroffen. Das wird hier unten nicht besser. Das geht noch nicht. Ach Gott, ich hänge. Ach, ich hänge. Ich wurde getroffen. Nö, 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 nö. Nö. Ich muss auch noch. Oh, jetzt geht's auf mich. Ja, ich bin hängen geblieben an dieser blöden Ecke. Das machst du schon Ja, ich hau grad schön ab Alter, wie die hinter mir her sind Ich komm dir entgegen, ja? Ja, ja Ich bring Freunde mit Dürfen die bei uns übernachten, Mama? Nee, komm nicht die Treppe runter Ich will deine komischen Freunde nicht Also einer bleibt noch aus, der andere Skelette machen kann Oh, fuck, alter Ey, die scheiß Fledermäuse, wenn die da runter schießen, ne? Hab schon Toll, ich war grad so gut dabei und du lenkst alle zu mir Oh, alter Jetzt sind sie übrigens alle tot Oh, ich kann mich auch nicht mehr wiederbeleben Oh, toll, bleib schon wieder an mir hängen Ich komm rein Boah, fast tot und dann Stufe 16 Echt? Ja Oh, ich hab ja noch die Stufe 16, weil mir dauert es noch Okay, weg, 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 weg Okay Zu viel Tod hier Zu viel Tod Das ist nicht gut Wie das Karma Ah, momentan schlage ich mich wieder ganz hervorragend Kurze, schwäche Phase zwischendurch Boah Ich wurde geheilt Wir müssen irgendwie darauf achten, dass wir halt wenige Gegner uns da Ja, aber manchmal ist das Kannst du da nichts anderes dran ändern Komm schon Ach Aber jetzt geht's Wie viel einfach das ist Ich muss meine Fähigkeiten ausbauen, bis ich diesen erweiterten Glockenschlag machen kann Ab da geht's dann wieder Und ich brauche unbedingt mehr Gegenstände Ja, und ich brauche den Wirbel, dann brauche ich mich einfach nur in die Mitte stellen und rein Spritzen Spritzen So spritzig wie ich bin Ich will es mir gar nicht erst vorstellen Ich komm einfach so in die Gruppe rein und spritz dann einfach die Mitte Ah So, eine Hose Boah Die Hose ist natürlich, eine seltene Hose bekommen So So eine Armschiene und irgendwas für die Dings bekommen Bisschen Blitzschaden oder Schaden allgemein, ich weiß es nicht Waffenmeister Erhaltet einen Bonus, der auf dem Typ der Waffe in eurer Haupthand basiert Schwerter, Dolch, 8% Streitkolben, Äxte, bla 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 Nimm wir das doch mal Jo Bro Oh, Geld So, ich versuch mir eine neue Attacke, jetzt wo ich diese Hand Waffen hab Mehr Wut Wow Warum nicht ein bisschen mehr nehmen Reicht ja nicht, oder? Noch nicht bereit Ja, ist aber schon raus, ja Ich brauch unbedingt meinen Wirbel Stufe 16 endlich Jetzt aber Rissiger Gedankenspiegler, die kann ich ja gar nicht benutzen Ich mach jetzt hier wegen 200 Fäuste Niederlage in der Westmark zurückkehrten Also du fistest Jede verbrauchte Geistskraft heilt euch um ein Leben Nicht gut, das kann Heilung immer gut gebrauchen Du fistest dich also wieder durchs Leben Mit dem Weg der 100 Fäuste, genau Ja, wie immer Glaub mir, das wird jetzt richtig eklig werden Wie sieht das denn aus? Ist da noch was denn denn, ne? Mh, nee Ah, das wird sowas von nicht leicht, das ist sowas von nervig jetzt Ah, Geld Gold Ah, Dorfbewohner Ah, Schreiberpult Hier Hab ich schon Glaube ich Ne Doch Winterweins Ich weiß Habst du das noch nicht? Ne Oh Sorry War fest davon überzeugt So Ich hoffe mal, dass ich mit dieser Attacke jetzt ein bisschen besser klarkomme Ja Ich hab noch keine guten Attacken bekommen muss ich sagen Also noch nicht so, ich brauch den Wirbel Hey Er ist schon wieder hier Was war das? Hä? Was fällt hier ein? Boom War der War der Irgendwie über die normalen Gegner kein Problem, aber sobald ein unnormaler kommt, fangen wir an zu heulen Ja Es ist so, es ist so traurig Ich würd gerne ein bisschen mehr Niveau dieses Video regnen lassen Ah, das ist schon vorbei Der Zug, der, oh warte, ich hab was schönes Doch nicht schön Der Zug ist leider schon abgefahren Nein Das geht noch nicht Nein Das geht noch nicht Nein Du kannst grad nicht auf meine Hilfe bauen Nein Fuck Und ich lauf genau rein, ich voll Idiot Du hast die wieder schon mir gel- du hast die schon wieder zu mir gelangt Hättest du nicht weggehen können mit deinen neuen Freunden Okay, one on one Du Unbegrabener Ey Alter, das sind fünf von denen Fünf Wie soll ich denn gegen fünf ankommen? Ich bin weg Ich glaube wir müssen die Schwierigkeit runterstellen, so hat das keinen Sinn Nein, mir wird nichts runtergestellt Also wir schaffen das sowas von gar nicht gegen diese Viecher Aber wir laufen ja auch immer blind rein So Kommt mal her ihr beiden Wir können nicht mal einen von diesen blauen da rausholen, weil der sofort seine Brüder ruft Und hier geflohen ist Okay Weißt du, wir sind kein Problem, aber gleich drüben heulen wir wieder So, dann lass uns mal gucken gehen Achso Die fliegen übelst weg Na komm lass du Lass das mal den Papa machen Der Papa macht das gut Oh Doch Ach halt die Schnauze Der kann uns helfen hier gegen die, was? Und gegen uns? Der mag uns nicht Ach man So warte, ich muss kurz meine Lebensenergie wieder auffüllen Oh, muss sie hier alles kaputt machen Entschuldigung Okay, Sommer oder Winter? Gegen die fünf Übeln da oben Ja, gegen wen sonst? Da ist doch schon einer Oh, da ist keiner von denen Ja, wo trägt deine Freude hier? Oh nein Nein, nein Och Boah, wie viele das einfach sind, Alter Was geht denn ab? Okay, wir standen ein bisschen blöd Ich glaube langsam, dass das zwei von den großen Typen sind Das sind zwei Zwei von diesen Endboss-Figuren Krass, stimmt Lass uns aufteilen Oh, jetzt haben wir wieder neu angelockt Das geht nicht mehr Aufteilen Alter Guck mal, wie viele es sind Gibt sowas von gar nicht Aufteilen Ah ja, ich kämpfe direkt hier gegen die Ich habe meine Meinung geändert Ach Dann gehe ich mal in die andere Richtung Dann teilen wir uns mal auf Oh, oh, oh Aua Die lachen uns aus Hey, was? Nein Bleib da, komm nicht zu mir Och, David Ne, ernsthaft, so funktioniert das nicht Das hat so echt keinen Sinn Wenn wir die ganze Zeit auf einem Fleck sind Das hat dann bei den Null Sinn bei den Gegnern Ich bin jetzt hier unten Ja, nachher kommt es wieder hochgelaufen mit 25-9 Ja klar, bei mir stehen sie jetzt alle Schlangen oder was? Oh, bei mir haben sie den Mönch aus der Karte gekickt Du bist selber schuld Alter Das geht ab bei denen Ja, aber ich finde das andere ist zu einfach Das ist blöd So Wir machen ein bisschen mehr mit System Ich hoffe, der gute Drachenkrall bleibt jetzt mal da unten Mit seinem dicken Arsch So Komm jetzt Kommen jetzt direkt alle? Hey, 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 Freunde Das ist nicht nett Das ist nicht nett, was sie hier machen Kommst du da einen Schritt weiter? Die Grabes Wächter kriege ich alle weg Aber nicht die Blauen, oder? Ne, die Blauen nicht Keine Chance Gegen die Blauen stehe ich keine Runde durch So Ein toter Dorfbewohner mit irgendeiner Rüstung Alle nicht besser als das, was ich habe Mir fehlt noch so mega viel Wo sind denn die Blauen? Sind die nicht hinter dir her? Ne, ne Ich weiß gar nicht, wo die sind Oh Die sind in der Mitte Okay Es kommt einer von denen rüber Ich habe einen von denen hier Oh, der holt direkt seine Brüder Das ist unfair Die sind zu viel Oh, ich habe hier zwei Unbegrabene Kennst du die? Die Riesenfiecher Ich helfe dir, aber ich glaube, es kommt noch was mit Nein, dann bleib doch da Ich habe den doch alleine BAMS Ganz toller Plan Oh, wie viele das sind Ich dracke sie wieder weg So, bei mir ist jetzt einer Jetzt bleib da, ich habe hier nur einen Ja, ich lockte gerade weg Ich wurde getroffen Zaubertrank, Zaubertrank Kommst du gegen einen, klar? Das sehe ich jetzt Also wir sind uns krass am Betteln Dauert zwar hier alles ein bisschen, aber ich glaube, das wird Weil siehst du, wir müssen, wir können da nicht so blindlos rein Das Gold Das geht noch nicht Ah, fuck, da sind sie wieder alle Ja, bleib da, ne? Wow, wow Ich habe den ersten hier gleich stauen Echt? Fuck, und dann kommt auf einmal ein zweiter Ein zweiter? Jo, nein, ich bin in der Klemme Ich komme am besten zu dir, oder? Nein, sonst holst du wieder den ganzen Rest Ich habe die drei hinter mir Ja, dann bleib da Alter, das ist so witzlos, ey Ich schaffe die beiden hier, keine Sorge Kann sein, dass eine Folge diesmal in Überlänge wird, ne? Aber da müssen wir wohl durch, oder cutten Weil ich kann in drei Minuten keinen Cut machen Nein, weg, 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 weg Oh, Alter Darfst du es? Ja, den ersten habe ich jetzt gleich Ich brauche mehr Zeit Komm, komm, komm Ja, den ersten habe ich Ich bin geil Jetzt bin ich beim zweiten dran Ich brauche Wut Okay Den zweiten habe ich gleich stauen Okay Bist du einverstanden, wenn die Folge länger geht, dass wir dann irgendwo einen Cut machen? Also nicht einen Aufnahme-Cut, sondern einen Schneide-Cut Weil wir können jetzt keine Pause machen Wir können keine ruhige Abmoderation So, den zweiten habe ich gleich auch Wie schlägst du dich? Schlägst du dich überhaupt, oder? Die ganze Zeit Nein, 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 nee Alter Das geht noch nicht Das geht Okay, ich habe den zweiten löscht Harm Ah, jetzt kann mein Baba mal zeigen, was er kann, der Baba So, und Oh Gott, ich bin total geschwitzt Hast du es? Ja, beide sind tot Ich hatte, ich komme zu dir Wie viel hast du da noch? Ich kann nur drei mitnehmen, ne? Ja, ist egal Sind das denn wirklich nur drei? Ja, hi Eins Zwei, okay Wir müssen einfach nur aus der Eisattacke raus So, wir können uns von mir aus hier in der Mitte betteln Warte, ich bin, ich bin Achso, ja, trenn dich mal Lauf da mal hoch, wenn frei ist Warte, warte, jetzt Folgt mir jemand? Nee, die sind gerade betäubt Komm nochmal zu mir Folgen die mir? Nee Achtung, der macht seine Eisattacke So, jetzt Einer folgt mir Ja, lauf Mir folgen zwei wieder Ich habe immer die Scheißarbeit hier Oh nein, Sackgasse Boah, das war knapp Ja, mach Ich habe hier beide Boah, das war richtig knapp Nicht genug Wurm verletzt Boah Also ich schaff's gegen den einen Das sollte gehen Ja, einer ist nicht so das Problem Zwei ist ein bisschen fieser Weg, 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 weg Boah Okay Alter, das ist so heftig, ey Das ist so krass, ey Überleg mal, wir haben einen Gegner, der dann genauso stark ist wie drei Das kriegen wir gar nicht mehr Weg, 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 weg Alter So, einen habe ich Komme zu dir Ja, die beiden kriegen schön abwechselnd aufs Maul Ich brauche mehr Zeit Siehst du, wie schön ich dich schon geschwächt habe Siehst du es Yo Oh Oh Du musst da raus aus der Dacke, ne? Die fickt dich übelst Oh Ich bin... Was habe ich hier bekommen? Ähm, für... Warte, für welche Rasse ist das? Ich habe hier einen seltenen Stab Damit kannst du aber auch nichts anfangen, ne? Ist ein... Wie ein Zauberer, ne? Ne So, boah, perfekt 20 Minuten, wir können jetzt hier den Cut setzen Ja Böse blaue Skelette Ja, aber wir haben es geschafft, das muss man auch sagen Im ersten Akt auf Stufe 16 gegen 6 6 oder 7 blaue Skelette Magische Skelette, äh Kann man sich zeigen lassen Ich bin einmal gestorben Nur wir müssen daran denken, dass wir uns wirklich, wenn so eine Gruppe ankommt, dass wir uns trennen, weißt du? Ja, ich glaube, das müssen wir nutzen, ja Weil du siehst ja, so hat es mega geklappt Weil einer, also jeder geht irgendeinem hinterher Nur wenn wir auf einem Fleck sind, dann machen die uns halt kalt Also die magischen Gut, dann würde ich sagen, kurzer Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir die nächsten Entwickler rauspicken Und auf den Maul kriegen Eben Bis dahin, Freunde Tschüss Tschüss